So, jetzt ist der Deckel weggerollt. Ah, es geht mal da. Gut, ich hab mir gerade mal eine neue Flasche geöffnet. Egal. So, wir haben ja gerade gefehlt hier, in diesem Level. Ja, so sah es aus. Entschuldigt meine Fails jetzt, aber ja, gut. Ich spreche jetzt nicht nochmal an, woran das... Also, ja. Gut. Es ist halt immer noch der gleiche Abend, wie vor vier Parts. So. Nur, ich würde gerne mehr hochladen, aber ich komme immer mit dem Rennen nicht hinterher. Das ist nicht... Okay, da oben ist nichts, schade. Gut. Wir wissen aber, dass es hier unten was gab. Nämlich eine Tür, die uns in ein verstecktes... Geistbar ausführt. Äh, da unten ist... Ach, verdammt, ihr nervt euch. Komm. Danke. Das Trappeli brauche ich echt nicht. Tier schlittern wir mal elegant runter. Oder feige. Je nachdem, wie man es nennen will. Ja, streckt mal eure Zungen raus, genau. Uh, blaue Münzen. Wichtig. Hm. Aha. Okay, sie haben mir nur einen neuen Blick gezeigt. Der aber nicht wirklich... Also, zumindest doch für die Münze war wichtig, genau. Von daher war es schon ganz gut so. Ich hätte sie wahrscheinlich sonst übersehen. Uhu. Du hast mich nicht geschockt. Und hier gibt es schon wieder nur ein Leben. Hey Leute, in diesem Spiel gibt es genug Leben. Versteckt nicht überall welche, bitte. So viel brauche ich nun echt nicht. Äh. Ja. Hier sieht alles echt aus, soweit. Äh. Ist eine Schraube. Sumpf. Naja, Sumpf ist es auch nicht. In dieser dreckigen... Äh, ja. Das ist natürlich toll. Jetzt geht das rechts dann irgendwann wieder hoch. Hallo? Da ist er. Zö. Irgendwie. Reine Verarschung. Äh, jetzt kann ich natürlich mal hier testen. Nein, hier ist nichts. Schade, schade, schade. So. Kann ich hier als Großer springen? Ja. Hm. Ich hätte natürlich auch die Tür nehmen können, ne? Wäre aber wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ja. War sogar die einzigste richtige Möglichkeit. Hm. Na gut. Dann machen wir es halt nochmal. Und diesmal nicht ganz so tief den... ...Pilz fahren, so. Ach ja. Das ist ja nervig hier. Riskierst du und lauf einfach mal durch. So. Äh. Nein. Komm. Nein. Ich hab mich verschätzt. Jetzt bin ich tot. Ich hab nicht richtig auf die Musik gehört. Mann. Jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Schade, schade, schade. Gab's da was? Ohne Filz schaffe ich's bestimmt nicht. Die beiden am Ende sind sehr doof gesetzt. Nein, hier gab's keinen Filz. Egal. Versuchen wir es. Ach doch. Es klappt. Juhu. So. Immer noch nicht. Immer noch. Jetzt. Haha. Mann, Mann, Mann. Aber wenigstens mal eine Herausforderung. Äh. Ja. Erstmal wie immer links gucken. Auch wenn man wahrscheinlich schon lang und lang leidet. Und hoffen, dass hier alles echt ist. Wie komm ich denn da links rauf? Und wo ist was? Ah. Okay. Ein Pilz. Ist schon mal nett. Und eine Feierblume. Gibt's ja auch noch. Nice. Äh. Ja, aber der Feier zeigt immer noch hier hin. Hier ist bloß nichts. Hm. Schade. Äh. Okay. Jetzt wissen wir, warum er noch Tage zeigt. Hat. Juhu. Juhu. Ne. Warum schmilzt die große Blume? Echt nur einen einzigen Eisblock. Ist das nicht ein bisschen Verschwendung? Oh, hier nervt euch die große Blume. Ah ja. Egal. Solange wir hier so ein Dings haben, ist das überhaupt kein Problem. Jetzt ist gut zu sein kritisch. Okay. Das hat gepasst. Ich dachte, die sitzen da so unfairer. Wir haben da eine Münze gefunden. Wo waren denn die anderen? Bitte. So. Hab ich auch einen Dings gebraucht? Egal. Ja. Also. Prost. Na, bleib drauf. Nächstes Level. Und am Ende kehren wir nochmal dieses Level zurück. Glucki, du ist hier da da? Wir holen... Holen wir uns das? Ja, wir holen uns das. Welt 8 wird uns auf jeden Fall noch genug Items kosten. Komm. Komm her. Wir treten dich. Juhu. Manchmal. Ich dachte, wir treten ein kleines Stück vorher ab. Naja. Nicht so wichtig. Uhu. Eisbloom. La 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 la. La 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 la. So. Jetzt gehen wir nochmal in die Welt hier. Also nicht nochmal. Wir haben sie ja noch gar nicht gesehen. Von daher. Das ist das erste Mal in diese Welt. Und rein theoretisch haben wir noch genug Zeit zu schaffen. Je nachdem, wie schwer sie ist. Ja. Bisher. Sieht sie wieder aus, als wenn hier irgendwann Sumpf kommt. Aber es scheint nur so. Hm. Ist hier irgendwas? Äh, da unten sieht es unecht aus. Achso, oh, wie ist es. Toll. Oh, zwei Mal nacheinander anfangen, was zu verstecken, wäre auch dämlich. Sag ich mal so, wie es ist. Ja, ne. Eine Feuerblume. Eine Röhre. Okay, alles klar. Ja, hier wird es unecht sein, wie immer. Huhu, wer hätte das nur erwartet. Danke, blöde Pflanzer. Da oben ist Schild. Komme ich da rein? Äh, ja. Versuchen wir es mal hier rüber. Nein, das ist alles echt. Das Schild ist einfach nur so da oben reingesetzt worden. Schade, schade, schade. Hä? Was hat mich jetzt... Sind jetzt diese Dinger tödlich da, oder was? Ist das jetzt wirklich tödlich da oben? Ist das jetzt tödlich? Das muss ich jetzt testen, tut mir leid. Was hat mich dann verletzt? Wurde ich hier eingequetscht? Wurde ich hier wirklich eingequetscht? Hm. Ich dachte, die fallen früher runter, aber okay. Wurde ich halt da eingequetscht. Bei einer anderen Möglichkeit sehe ich gerade nicht, warum ich da verletzt wurde. Besonst. Ah ja. Ah, ne Münze. Huhu. Die ist ja noch nicht mal wirklich versteckt gewesen, weil man hier sowieso reinfällt, weil man hier mal ein bisschen über die Strenge schlägt. Na gut, nicht so tragisch. Da ist schon wieder eine Münze. Langsam. Sei eigentlich haltet hier gutmütig. Komm. Ja. Genau. Flieg hier unten lang. Hm. Gibt es hier auch noch einen Yoshi? Das wäre nice. Nö. Kein Yoshi. Äh. Ja. Wie soll ich da bitte raufkommen? Hallo? Ach so. Ja. Ja. Elblindo ist Elbludo ist Gruffel. So. Manchmal. Ja. Ja. Hüpft Luigi. Hüpft rüber. So. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ey. Nicht in dem Moment spucken, wo ich hier rauf will. Hop. Ah. Das ist doof mit diesem. Nee. Mit euch ist das ganz doof. Euch mag ich gar nicht. So. Äh. Komm, voll runter. Hop. So. So. Passt. Ab nach unten. Ähm. Ja. Aber immer vorsichtig. Man weiß nie, wo man als nächstes reingelegt wird. Äh. Hey. Okay. Stimmt, ich hätte auf das Geräusch achten sollen. Ah. Die haben sich gegenseitig getötet. Wie immer. Mann. Äh. Jetzt könntet ihr auch mal auf neue Ideen kommen. Weil unten irgendwas wichtiges drin. Komm. Geh nochmal runter. Nein. Schade, schade, schade. Äh. Ich bin gestunt worden. Jetzt kann ich ihn noch nicht mal mehr sehen. Mhm. Komm, mach nochmal deinen Fettwandstrangriff. Danke. Und du hör auf mit dem Scheiß hier. So. Ah, wer hätte das gedacht. Ein Kletterflanz. Halt. Testen wir die Wand ab. Ne, die ist echt. Testen wir die Wand ab. Die ist auch echt. Schade. Äh. Ja. Wollen wir uns doch versuchen, da hochzukommen. Äh. Luigi. Sprich doch mal ordentlich. Das ist ja. Hier ist es nicht. Hey. Was mache ich? Warum? Ah. Ich halte gerade meine Ferne mit ihm scheinbar zu verkrampft. Ich will wissen, ob da oben noch was ist. Luigi. Streng dich doch mal an. Vielleicht ist hier die letzte Münze. Ah. Bin ich gut. Bin ich gut. Ja. Oder auch nicht. Es war ja so offensichtlich, dass es schon wieder klar war. Ja. Wie die Idee war es halt. Ein Level, in dem wir mal alle Münzen haben. Das gibt es hier links. Uh. Nichts. Hm. Ja. Äh. Ah, komm. Lass mich da rauf. Danke. Ab. So. Lalalalalala. Wehe, hier ist ein Boden und nicht. Oh, der bewegt sich aber lahmarschig. Toll. Lalalala. Hier oben ist schon wieder Wolkenland. Na gut, noch mitzumachen, nicht so. Also ist das auch alles ungefährlich. Ja, kommt hier noch irgendwas? Ziel. Oh nein, wir trauen uns nicht doch. So. Ja, ich sag mal so, das Level war in Ordnung. Es war in Ordnung. Es war nicht wirklich sonderlich schwer. Aber der Anfang war doof. War das der Anfang mit diesem reinfallen ins... Ja. Ne, das war davor, ne? Ach, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch drei Minuten, bis wir 15 Minuten erreicht haben. Von daher kann ich euch mal das Schloss zeigen. Ja, bis zum ersten Fehl nach 15 Minuten. Oder wir schaffen es. Je nachdem. Was ich nicht glaube bei so einem Schloss. Ich glaube bei so einem Schloss wie in dem einen Level, wo ich... Ach komm, ich war schneller. Äh. Wieso, das geht mir auch so im Kopf, ne? Äh. Schade. Äh. Ja. Danke, dass du mich so weit nach vorne geschoben hast. Und dann so langsam geworden bist, blödes Vieh. Naja. Egal. Fein. Let's do it again. End again, end again. Ich hoffe nicht so oft. Naja. Äh, jetzt will ich doch mal eins testen. Naja, mir ist nichts versteckt. Alles echt am Anfang. Wer hätte was erwartet. Äh. Komm. Der ist noch nicht mehr da durchgedreht. Oh. Ist das doof. Das hat sich aber echt doof gemacht hier gerade. So. Ja. Im Prinzipiell ergerst du mich auch kaum. Weil ich kann jetzt einfach so machen und warten, bis du hier deine zwei... Jetzt muss ich bloß oben gucken. Ist da oben vielleicht was? Geh doch mal weg. Ist da auch nichts, ne? Ne. Du wirst da, um mich zu verwirren wahrscheinlich. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht, warum sie da waren. Ist auch nicht so wichtig. Ich weiß nicht. So. So. Das ist doof. Der Bildschirmskreuzeschle... Achso. Okay. Nichts gesagt. Der Bildschirm hat gar nicht... Ah. Ich dachte, ich kann doch schnell dort da durchschlittern. Aha. Noch mal in ersten Fails. Oder mal in meinem Fail. Egal. Es waren ja nicht mehrere bisher. So. Fails. Hätten wir jetzt hier so schöne Blumen bekommen. Ja. Uhu. Für den Leben hat es nicht gereicht. Schade. Und du? Du ärgerst mich. Willst du in die Luft gespray werden? Ja? Willst du? Ja. Zu spät. Ja. Das sieht auch schon wieder sehr verdächtig aus. Aber hier wird wahrscheinlich auch nichts sein. Nein. Und ganz nach unten wollte ich jetzt nicht testen. Äh. Hm. Kann ich ja mal kurz runter gucken, ob da es ist? Hm. Viel sehe ich da nicht. Lohnt es sich da runter zu gehen? Äh. Wahrscheinlich schon. Wenn es einen Weg nach unten gibt, dann lohnt es sich wahrscheinlich. Ha. Da ist eine Röhre. Geht es ja rechts noch weiter? Nein. Dann ist das der richtige Weg. Okay. Dann lasst uns heute den richtigen Weg gehen. Na gut. Ja. Danke. Danke. Aber ich wurde gerade abgelenkt. Mein Computer hat mal gemeint, er muss gerade eine Virenprüfung machen. Äh. Es ist gerade aufgepoppt. Da habe ich erstmal unten geguckt und nicht auf den Bildschirm. Äh. Und ich bin natürlich gerade an eine Laberstelle gekommen. Und der das sehr ungünstig war. Gut. Ich breche erstmal dieses Virenprogramm ab, weil ich es jetzt nicht brauche. Äh. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.